In diesem Drill geht es um Kniestöße aus dem Clinch. Also achte auf deine Präzision. Super Kniestoß! Ja, sehr gut, diese Kombination. Schöner Strike. Weiter! Super dieser Strike. Mach weiter! Tja, an deinen Kniestößen aus dem Clinch müssen wir noch arbeiten. Die kommen noch zu selten durch. Zeig mir in diesem Drill mal, wie präzise deine Kniestöße aus dem Clinch sind. Ja, schöne Kombination. So will ich das sehen. Schöner Kniestoß. Schön, weiter so mit diesen Kniestößen. Schöner Kniestößen in der описании. Schöner Kniestößen. Schöner Kniestößen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020